Das Haus befindet sich in Salasengrot. Dieses renovierte Haus liegt 20 Kilometer mehr, von Heavis und 25 Kilometer vom Ballaton entfernt. Alle Versorgungsleitungen sind neu. Fenster und Türen wurden ausgetauscht. Der Preis beträgt 140.000 Euro. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie bitte an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020